Ich grüße euch Leute und willkommen zurück zur nächsten Ausgabe bei Tales of Arise. Wir haben den Schrecken der Kanalisation quasi hinter uns gebracht und wir sollen uns jetzt so umgucken, was jetzt hier im Dorf so abgeht. Folgt mir, sagt er. Okay. Folge bringen wir uns Anordnung, um in Sicherheit zu kommen. Wollen wir uns hier nicht umgucken? Wir wissen, was da oben ist. Ich komme da nicht hin. Achso, dort sind wir ja auf den Platz dort gekommen. Okay, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Na, guck mal, Wasser. Oh, hier ist Auftrag. Stimmt etwas nicht. Könnte man sagen, ja, kennst du den Geheimweg, der Zieslosen mit der Außenwelt verbindet? Ja, auf meinem Rückweg habe ich da draußen vor dem Eingang etwas Essen fallen lassen. Der Geruch hat Zeugel angelockt und jetzt ist es zu gefährlich, den Weg zu gehen. Es bringt auch nicht viel mit Brägen darüber zu sprechen, aber bei den Silberschwertern sind alle zu beschäftigt. Aber wir kümmern uns darum. Na. Das klingt wie ein echtes Problem. Der Weg ist im Moment der einzige Ein- und Ausgang in die Stadt, oder? Findet man jetzt auch direkt auf... Was? Findet man jetzt auch direkt auf dem Weg Zeugel? Zum Glück noch nicht. Sie treiben sich nur am Eingang herum. Warum? Hast du vor, für Abhilfe zu sorgen? Ich weiß, es ist eine große Bitte, aber schon gut, wir kümmern uns um sie. Wir können uns nicht leisten, es zu ignorieren. Vielen Dank, ich bin euch echt was schuldig. Aber passt gut auf euch auf, da wimmelt es nur so vor, garstigen Zeugels. Alles klar. Versammlung von Zeugeln. Ja, wollen wir definitiv Priorität geben, das machen wir gleich. Und dann bei diesem Geheimgang. Die Gede Berserker, die Killer Gurke. Aber... Da ist ja die Aufgabe. Ich muss doch... Das ist diese Gasse. Das ist dieser Brunnenplatz. Hier ist die Eiswüste. Ach, die Dinger hier. Okay, also müssen wir zurück. Wir sind... Gerade hier. Wir müssen quasi zum Brunnenplatz. Okay, alles klar. Da muss unser Kumpel da ein bisschen... Oh, ne Mietzi. Solltest du nicht woanders hingehen? Oh nein, er will nicht, dass wir das jetzt machen. Oh, du ahnst es nicht. Aber ich vergesse die Aufgabe nicht. Er blöht jetzt. Das ist das, was wir jetzt machen. Das ist das, was wir jetzt machen. Das ist das, was wir jetzt machen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich kann mich nicht verstehen. Ich will, was ich jetzt machen? Ich kann mich nicht helfen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, aber... Hey, ich bin mir nicht! Was ist das? Oh! 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 Okay, jetzt ist die Frage, ob ich trotzdem gucke, ob ich diese kleine Nebenquest schnell machen kann. Irgendwie was geiles neues basteln. Gut. Hm, gut. Also, wir sollen entweder auf den Hauptplatz... Ich würde aber trotzdem gerne mal gucken, ob wir... ...hier hin können. Können wir! Ich würde gerne erstmal diese Zeugel von dieser Nebenquest schnell machen. Wenn wir hier überhaupt lang kommen. Ach! Scheiße, wie sind wir denn? Scheiße, wie sind wir denn? Scheiße, wie sind wir denn? Bei unserem... ...erlassener Durchgang. Ah, ja! Wir müssen dorthin. Okay. Okay, also einmal kehrt Marsch. ... ... ... ... ... ... Wir kümmern uns dann gleich noch um See 4. Aber was erledigt ist, ist erledigt! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, solltest du nicht woanders hingehen? Oh, meine Fresse! Okay, also wir sollen erstmal auf... ... ...den Hauptplatz, sozusagen. Bin ich? Bin in einer Gasse. Genau, also wir müssen hier auf diesen Hauptplatz. Die wollen uns... Ich komme hier aber nicht hin, ne? Aber wenn ich jetzt diesen unterirdischen Kanal hier lang gehe, ne? Da komme ich doch dann... ...eiglich bei unserem... ...Versteck raus. Oh, ich habe gerade ein kleines Orientierungsproblem. Ich greife die jetzt mal nicht an, weil ich will... ...witze wirklich erstmal wissen... ... Oh, ist das nervig! Okay, da komme ich also auch nicht lang. Ich finde... ... bei der Map... ... diese eine Verbindung zu dem... ... Hauptplatz, nicht? Doch, ich kann dort... ... bei diesem Brunnenplatz... ... das ist jetzt natürlich... ... der Armfahrn nicht doch! Bam! Oh, ich bin down! Rette mich! Rette mich! Ja, wir können... ...Globe von diesem Brunnenplatz... Ich habe hier gerade so kleines Büsse Problemchen! Oh, ich habe hier gerade so kleines Büsse Problemchen! Neues Emblem... ...Magiebrecher! Aber wir haben unsere... ...und so eine Pfad erstmal gewählt... ...bizarre Megakerne gekriegt... ...so, okay... ...kommen wir von diesem Brunnenplatz... ... dort eigentlich auch... ...dort hoch... ...Brunnenplatz, genau... ...wir gehen auf diesen Brunnenplatz... ...und dann kommen wir nämlich hier auch auf den Hauptplatz... ...genau so ist es nämlich... ...genau so ist es nämlich... ...genau so ist es nämlich... ...seh viel, wir kommen! Ich muss nämlich einfach... ...das hätte ich natürlich vorhin... ...alles schon machen können... ...aber naja... ...ja... ...jetzt wird ein Schuh draus! Oha! ...und los! Und los! Sooo... ...sind die Feen weg... ...ohh... ...ohh... ...machst aber ne Attacke! Jawoll! Er sagte mal Sifa! Er kämpft euch durch! Oha! Sehen wir jetzt den Lord? Er steht da. Oh nein. Oh nein. Was ist der Grund? bevor ich ein Endes schiele, ich fahre, dass du dich von Gott schweb. Ich bin ein Sehender, du bist da. Ich bin ein Sehender, wenn du dich in den Augenblick aufst. dann muss ich gerne die Sehender für dich. Aber du musst dir scheinbar sein. Ich bin ein Sehender. ich bin ein Sehender. Was ist das, was du? Was ist das, was du? Was ist das, was du? Ich werde es nicht mehr probieren. Ich werde es nicht mehr probieren. Was? Ich werde es nicht mehr probieren. ... Hnh, erstmal, an der mich an ihre Freude. After, dann, ein Freund zu mir. Ach, was dich? Das ist ein wirkliches Leben. Ich habe mich immer noch nötig, Ich wusste, aber es war nur ein Wettbewerb. Ich konnte nicht mehr leben, aber ich konnte nicht mehr, dass ich meine Eltern nicht mehr verletzen konnte. Ich habe viele Freunde verloren. Nein, ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte für die Familie. Ich habe keine Worte für die Schleifte. Ich habe keine Worte für die Räume. Ich habe keine Worte für die Räume, oder? Das war's für mich, oder? Ich habe gesagt, dass ich ein Geheimnis bin. Wahrscheinlich ist das so. Ich habe auch noch einen Geheimnis zu retten. Ich habe mich nicht wieder 상reng geklärt. Ich sage es, dass ich nicht das einmal ganz expliciert habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ich habe überall mit. Ich habe überall mit. Deine geile Attacke. Los, 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 los. So macht er es nicht. Hat die geile Attacke nicht gemacht. Ich habe doch zwei Knöppel sollte ich da mal drücken. Egal, gewonnen ist gewonnen. Jetzt hier drüben noch was. So, warte, hier schön ist. So, bestimmt so ein kleiner Knochen für mich dabei, oder? Was ist das? Aber ich würde das Schwert da nehmen, das wirkt recht erquickend. So, ach das ist das Büro? Jetzt guck mal nach dem Ersatzschlüssel, was sind hier? So haben wir sich mal ein Schlüsselloch. Knopf unter den Schreibtisch, Knopf drücken. Passiert. Der Eingang in der nördlichen Eingangshalle. Okay, im Büro ist also ein Schlüsselloch. Ich denke mal in der Eingangshalle ist die E-Tür jetzt offen. Ah ja, ohne Grund stehen die Eiermaler hier, ne? Ah, bam bam bam, Genosia! Ah, bam bam bam, Genosia! Das ist natürlich ein Ergebnis. Huh? Oh! Das ist heute hier! Wow! Ich hätte ihn angegriffen. Ich hätte mir den mal zur Brust genommen. Komm, hier bewegen sich doch welche wieder, oder? Jetzt werde ich angegriffen. Ja, es war klar. Sehr gut. Höh, ich bin dauernd? Was habe ich so jetzt gar nicht? Äh, äh... Was war da jetzt passiert? Es ging so schnell. Und was ist hier? Ja. Dort auf dem Arbeitsplatz liegt doch... Wenn die zwei da zusammen loslegen... also... das gefällt mir. Was liegt denn da? Aufzugsschlüssel für den ersten Stopp. Aber... Ähm... Aber was ist mit diesem Schlüssel im Büro? Was viel jetzt hier angreifen? Ist ja die große Frage, passt. Da steht ja nicht umsonst da Aufzugsschlüssel. Das ist irgendwie gefühlt der ähnste Schlüssel, den wir gerade haben. Vielleicht kommen da ja noch welche. Ich will trotzdem mal gucken. Ah, der heißt doch dann bestimmt wieder irgendwie so besonderer Schlüssel oder... was weiß ich hier. Ah, der wird eh nicht passen, ey. Okay. Aber wir merken uns das, dass das hier im Büro sowas neu ist. Und gehen ins nächste... ins nächste Stockwerk. Als WDOG wird ja nie gleich... das oberste sein. Das glaube ich nicht. Oh, hier ist noch Eule irgendwo. Wir halten die Augen offen. Hier ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was los. Und wir müssen uns ordentlich umgucken. Aber ihr Lieben, ich gucke schon wieder auf den Zähler. Wir machen an dieser Stelle einfach das nächste Mal weiter. Und werden dann, ja, uns dieses Gefängnis hier oder den Turmgefängnis wie auch immer weiterhin anschauen. Und dann den nächsten Lord plätten. Ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut! Tschau!